Zurück zum Ursprung, Band 2, ein Auszug Unten oder oben, du entscheidest. Leben? Doch was ist das Leben? Und wie geht das? Ich meine, Leben tust du ja eh gerade, aber lebst du schon? Leben ist etwas, was aus dem Inneren kommt und sich im Tanz mit dem Äußeren ausdrückt. Und wenn das dann wirklich so ist, dann bist du im Flow. Doch jetzt mal langsam. Du bist hier, um dich in den Ausdruck deiner Seele zu bringen, mal laut herausschreiend, mal so mittelmäßig mitmachend oder eben auch mal ganz leise, zurückgezogen, schüchtern. Die Frage ist, schnallst du, was du da machst und macht es dir Freude? Nicht jeder mag laut, vordringend und erobernd sein. Die meisten machen viel lieber einfach so mit mit der großen Masse und sind sich auch nicht wirklich bewusst über das Potenzial, das da in ihnen schlummert. Das ist leider das Gros der Gesellschaft. Das wird ja auch gezielt so gestaltet. Religiös geläutert, staatlich versklavt und familiär gebändigt. So schön verwaltet halt, damit man hineinpasst. Damit der Mensch dann auch brav funktioniert. Seine Jahre abarbeitet, um dann, kurz nachdem er seine Hauptarbeitsleistung gebracht hat, bestmöglichst ohne Rentenanspruch in die Kiste zu hüpfen. Naja, ist halt so. Innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem Abschluss ihres Arbeitslebens sterben schließlich doppelt so viele Menschen wie vorher und danach. Das liegt jedoch nicht am System, sondern an der Zukunftsvision des Einzelnen und den Programmierungen und Konditionierungen, die wir über den Lauf des Lebens hinweg erlebt haben. Ob dann ein Weitblick für die Zukunft oder eine innere Einkergerung stattfinden, unterliegt dem, wie wir aufgewachsen sind. Die Gesellschaftsschicht kann da natürlich eine riesengroße Rolle spielen. Und dann ist es auch heute noch oft so, dass ein Arbeiterkind zum Arbeiter wird und ein Kind Studierte später selbst als Gelehrter arbeitet. Da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Ob man das dann liebt oder nicht, ist eine andere Frage. Das Hirn hat ja mal gelernt, welche Rolle man in der Gesellschaft zu spielen hat. Und wehe, du machst nicht mit. Dann ist der Konflikt in der eigenen Familie vorprogrammiert. Über den eigenen Schatten zu springen und sich frei auszudehnen in das, was den Einzelnen ausmacht, ist die absolute Ausnahme. Hauptsächlich Männer er oder unterliegen ihrer Fantasielosigkeit und dem mit der Pension bzw. Rente aufkommenden Revierkonflikt. Keine Aufgabe mehr zu haben, ist nun mal ohne Perspektive. Doch die Aufgabe der Lebenssinn entsteht im Herzen aus der Liebe, die wir eben zum Leben und dem, wozu wir beitragen, haben. Was liebst du? Was machst du so gerne, dass du abends, wenn du ins Bett gehst, kaum den nächsten Tag erwarten kannst? Was lässt dich morgens lächeln, wenn du daran denkst? An was lässt Schmetterlinge in deinem Bauch fliegen? Ein Krippeln durch deinen ganzen Körper fließen? Was treibt dich an? Und bist du dir bewusst, dass all das dein ganzes Leben lang bis ins hohe Alter bei dir sein kann? Neulich sagte ich zu meiner Liebsten, ich fühle mich gar nicht wie 55. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich bin bei 28 bis 35 stehen geblieben und erlebe mich manchmal auch wie ein 14-Jähriger. Ich will immer noch meine Ideen, meine Kunst, meinen Ausdruck leben. Es ist einfach eine innere Haltung, die uns reifen lässt und gleichzeitig, wenn wir es erlauben, jugendlich hält. Und dann die Lust auf Abenteuer. Doch wo fängt Abenteuer an? Für mich ist es das Ausprobieren, was geht, einen neuen Traum umzusetzen, zu schauen, wie ich noch etwas besser machen kann und es gleichzeitig auch gut sein zu lassen, wenn der Aufwand größer wird als der Gewinn daraus, was ja jeder ökonomischen Regel entspricht. Auch das darf man lernen. Wann ist es genug, um nicht noch unnötige Energie zu verlieren? Ich neigte früher zum Aktionismus. Nicht gut. Heute schaue ich erstmal und spüre dann nach. Wenn es sich richtig gut anfühlt, gehe ich dann dem auch nach. Und wenn ich mal nicht auf meine innere Stimme höre, kriege ich meistens eine drauf und glaube mir, die sitzt. Für mich wird das Leben immer besser. Langsam, gemächlich, ohne Eile, stetig geht es sanft bergauf. Klar nehme ich auch mal eine Spitze mit und freue mich über einen energetischen Hauptgewinn. Doch am meisten mag ich diese sanfte Konstante mit kleinen Wellen. Ich weiß, dass es paradox gerade und konstante und Wellen, die stetig nach oben geht. Das ist dann auch meine Idee vom Leben. Es darf jeden Tag, jede Stunde, jede Minute ein wenig leichter gehen, mehr an Liebe und Qualität gewinnen, kraftvoller und souveräner werden, sodass du am Höhepunkt, am Gipfel aussteigen kannst. Damit du sagen kannst, der Schluss war das Beste. Kompliziert, nicht machbar, von wenigen gelebt, sagst du. Dabei geht das ganz einfach, wenn du eben die Liebe, die tief in dir lebt, zum Ausdruck bringst. Dazu braucht es lediglich dich und deine Erinnerung an die Lebendigkeit, die dir mit deiner Geburt in die Wiege gelegt wurde. Und dann den Wunsch, dich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute ein wenig mehr in das Leben hinaus zu dehnen, es zu küssen, zu umarmen, mit ihm zu tanzen. Und so wäre eine Affirmation, die uns hilft, die Limitierungen aus unserem Gehirn und seinen Vorstellungen abzulösen und uns damit freizusetzen. Mit jedem Tag, jeder Stunde, jeder Minute gewinnt man Leben an Liebe, Freude und Qualität. Mit jedem Moment wird es leichter, spielerischer und gehaltvoller. Dieser kleine Auszug war ein Auszug zum Thema Gehirn. Zurück zum Ursprung, Band 2, gehen wir auf die Organe ein. Und da wollen wir auch mal verstehen, welche Zusammenhänge sind in uns, wenn wir das Leben betrachten. Welche Glaubenssysteme haben wir? Weil die Glaubenssysteme, die arbeiten ganz tief in uns hinein und sorgen dafür dann, dass unser Körper heil ist oder dass er leidet. Du möchtest nicht leiden, du möchtest verstehen, du möchtest dich selbst auf ein neues Level bringen, dann habe ich hier wirklich was Gutes für dich. Du wirst sehen, in diesem Buch sind so viele Informationen zusammengetragen worden aus dem Bereich der Psychoanalyse, der Konfliktlösung, der Arbeit nach Hamer und der Energetik und Spiritualität und alles dafür, dass dein Körper, dein Bewusstsein, dein Leben sich einfach erleichtert. Wunderschön. Hab viel Freude damit. Am 29. ist das Buch im Handel. Und ja, ich freue mich mit dir, wenn du mit dabei bist und sagst, ja, ich möchte auch eins haben, wo du es bestellen kannst, findest du hier direkt unter dem kleinen Video. Alles Liebe von Herzen.